Keine Ahnung. Skull? Obwohl Regen vielleicht. Hm. Hm. Ach, schon wieder da gestorben. Ey, das kann doch nicht sein. Ah, das war so klar. Ich bin da so gut durchgekommen, ne? Oh, das wird knibbidi knapp, würde ich sagen. Oh, das war so klar. Kann nur ein bisschen langsamer mit den Düsen. Oh, ich hab nur noch zwei Striche. Einen Strich. Okay, jetzt ist er sowieso weg. Oh, das wird knapp. Oh Gott. Kommt mal alle hier hin. Vielleicht habt ihr was noch nicht. Jetzt krieg ich den noch nicht mal kaputt. Ne. Nix für mich dabei gehabt. Das ist natürlich blöd. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Energie als vorher. Ich raff es nicht. Mann, der ist gerade kaputt gegangen. Ach, scheiße, ey. Letztes Leben, ne? Ah, zwei Stück haben wir noch. Aber unser Jet ist verdammt leer. Aber wir haben, wir haben ja noch einen Rush. Ich weiß jetzt nur nicht. Marine. Ja, das wird uns nicht viel helfen. Also, der Jet ist leer. Dann würde ich sagen. Ne, nicht Coil. Wir versuchen hier so durchzukommen. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ich glaube aber, ich habe jetzt verstanden, wie die Teile funktionieren. Je näher die an uns dran sind. Also, die haben irgendeinen bestimmten Punkt, wenn die eine gewisse Entfernung von uns haben. Dass sie dann jedes Mal, ne? Ich sage, so eine Sahne. Und Dennis sagen würde. Ach, fick dich doch. Immer dieses Wegdrückerei da, ey. Ach, ja. Ja, schön. Dankeschön. Gut, dann machen wir mal was anderes. Wir machen jetzt Diveman. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich glaube aber mal, dass wir da schon mal beim Boss waren. Kann ja jetzt auch sein, dass ich das mit Toadman verwechsel. Ich werde auch hier versuchen, ähm, weil dieser Diveman sehr nach Metall aussieht, dass ich da Toadman probieren werde. Oh, eine kleine Energie. Dankeschön. Ähm, dass das vielleicht, äh, Korrosion ergibt. Ein bisschen. So saurer Regen oder was das auch immer mal sein mag. Hier kommt, glaube ich, der Wal. Kommt der Wal? Ja, der Wal kommt. Okay, wir haben nicht mehr viel Energie, aber ich meine, hier wäre irgendwo... ...deck hier eine große Energie oder sowas rum. Oh, schau so. Oder nee, der kleine Mann kommt doch, oder nicht? Ja, dankeschön. Viele Dank. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Kleiner Mann heißt er jetzt einfach. Oh, ich schätze mal, wir müssen hier runter. Jetzt haben wir bestimmt wieder das Wasser. Ja. Mit, äh... Nee, ohne. Ich dachte, hier käme jetzt nochmal der... ...der Typi. Toll. Der Wal. Uiui. Ich wollte gerade sagen, das war so knapp. Und jetzt kommt der Wal, das ist natürlich super. Das war so klar. Gibt's hier denn einen Speicherpunkt schon, bitte? Ich glaube schon. Ja. Ich hasse diese Viecher. Geben nix her. Man sieht die so flach, die kann man so schlecht treffen. So, jetzt aber. Oh, Gott. Ach stimmt, der saugt ja einen ran. Das hab ich total vergessen. Nix her. Die haben aber letztes Mal nicht so lange gebraucht. Also, die haben schon viel früher ausgelöst, oder meine ich das nur? Ich muss jetzt quasi in den Viechern drinstehen schon. Da ist auf jeden Fall Z-Boss. Und ich werde direkt mal, ähm, hier den Toadman ausrüsten. Vielleicht bringt das ja was. Muss ich nur ausweichen. Und gar nicht viel machen. Wenn nicht, versuche ich mal Drillman. Nee, das bringt so ja nischt. Ja, Drillman könnte halt in seine, seinen Panzer ein Loch bohren. Und dann ihn mit Wasser auffluten. Das wäre so die... Ach nein, das ist so mein letzter Versuch. Ach, scheiße. Das lädt sich so langsam auf. Nee. Ach, scheiße, ich steh' nimm drin. Ähm... Dust vielleicht. Dust... ...hätt's, glaube ich... ...gebracht. Ich versuche jetzt nochmal Brightman. Da würde ich auch gar nicht mehr, wie die Stage aussieht. Ähm... Ach, guck mal. Ich hab hier sogar aufgeschrieben, Dust... Nee, Dustman ist Diveman. Also mit... Also mit... Dust... Den Dustman macht man mit Dive... Äh, wo hab ich denn Dive her? Oder ich hab den schon mal versucht zu killen. Ach so, das war das. Mh... Ja, ja, das Problem hatten wir das letzte Mal auch schon. Hm. Ich versuche den mal nicht kaputt zu machen. Nee, nee. Leck mich ab. Das ist so eine Dreckstage, ne? Ach, das ist das. Okay. Gurgh. Kam jetzt nicht jetzt der kleine Mann wieder? Sieht fast so aus. Nee. Aber ich seh da oben was. Fick dich. Ich seh da eine Leiter. Ich glaub, die hab ich beim letzten Mal total übersehen. Kann das sein. Ach so, ja, der kann ja nicht... Der kann ja nicht auf die Leiter kommen. Ich glaub, hier war eine große Energie oder sowas. Da hab ich mich noch... Hey, ich will das haben. Aber jetzt ist er noch mal da, ne? Der war ja klar. Okay, das ging ja. Ich war ein bisschen Energie verloren, aber... Wir haben auf jeden Fall noch mehr als vorhin. Jetzt muss ich mir grad mal auf mein Gesicht kratzen. So. Nicht, dass das Spiel gleich noch auf blöde Gedanken kommt oder so. Oh, eine kleine Energie. Schön. Was war denn hier? War das das mit dem Rumgeschwinge? Ja. Da war doch ein Energie-Tank oder sowas da hinten. Oder? Nicht als Blin. Ja, und ein Leben. Das ist doch fein, fein, fein. Ähm. Ich nehm einfach mal Jet, ne? Ich glaub' ich, das Einfachste. Ja, und da müssen wir Keulen nehmen, weil wir sonst nicht da hochkommen. Man hat sich das eigentlich so gedacht. Was ist denn jetzt los? Man hat sich eigentlich so gedacht, dass man das so macht? Dass man dann diesen Weg auch wieder zurück geht, oder bin ich blöd? So. Oh, da ist er aber ganz schön hochgesprungen. Oh, da ist er.